so willkommen zu diesem schönen feuerbachs video heute stelle ich mal die macht 2 vor ich habe sie nämlich auch noch nie gezündet aber die sollen schön sein so sehen die nämlich aus das sind so was wie die röder schokolinos sozusagen mit pappfuß also keine plastik f1 5 gramm steht sogar drauf ja eigentlich genau das gleiche wie die röder schokolinos nur deutlich preisgünstiger also hier 10 95 die ganze packung 20 stück schokolinos 249 für vier stück ich glaube gibt es aber alle nicht mehr ja ich denke mal die werden nicht explodieren so wie die hier gestopft sind mal sehen hier steht volt ist und bleibt aber leslie wie bei den schokolinos ist es einfach dasselbe ja auf dem test ok nummer eins das ist richtig cool brauche die losgehen versuche ich direkt noch mal zwei auf einmal ja dann tschüss bis nächsten video die sind richtig gut